Weißt du was, Maddie? Deswegen sind wir nicht zusammen. Wenn du einen Streit anfangen willst, nur zu, aber pass auf, es könnte hässlich werden. Weil du ein Loser bist. Deshalb gab dein Vater die Trockenbaufirma auch an deine Schwestern. Ich wollte die Firma gar nicht. Deswegen hab ich ihn schon in jungen Jahren immer wieder mit Absicht enttäuscht. Der einzige Kennedy, den du magst, ist der VJ von MTV. Ich bin wie Bill Bellamy und das weiß auch jeder. Red Sox? Wohl eher Red Shit. Wir hatten eine schwere Saison. Au! Ein Streit? Hier, Lucy, ich bin wirklich sehr enttäuscht. Oder das wäre ich, wenn ich nicht total besoffen wäre. Partys machen Spaß!